Leute, ihr wolltet ein KFC-Bucket? Ich gebe euch ein KFC-Bucket. Guckt euch an, wie genial die Hähnchenteile aussehen. Wie immer zeige ich euch mega gerne, wie ich es gemacht habe. Ich habe mir also erstmal diverse Gewürze genommen, die ich in meinen Mörser geschmissen habe. Wer es genauer wissen will, das Rezept ist wie immer auf meinem YouTube-Kanal hinterlegt. Jetzt wird das Ganze hier einmal gut durchgemörsert und anschließend nehme ich meine Gewürzmischung und packe die auf 250 Gramm Mehl. Jetzt wird das Ganze einmal gut durchgerührt und jetzt brauche ich zwei Eier. Hier haben wir also das erste Ei, was ich da reinschmeiße. Hier ist auch schon das zweite Ei. Nochmal ganz kurz rühren und jetzt fügen wir dem Ganzen so ungefähr 300 Milliliter Wasser zu. Aber immer so Step by Step, dass ihr so eine Konsistenz habt. Ja, ich kann das schwierig erklären, wie von so einem Bierteig würde ich fast sagen. Man sieht das hier gleich ganz gut. So sollte es ungefähr aussehen von der Konsistenz. Hier sind also meine Hähnchenteile. Da packe ich erstmal ganz klar ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Und Paprika darf natürlich auch nicht fehlen. Jetzt nehmen wir uns unsere Hähnchenteile und packen die erstmal kurz in die Flüssigpanade. Das mache ich also mit allen Dingern so. Hier habe ich nochmal 250 Gramm Mehl. Da kommt ein bisschen Paprika dazu. Wer möchte, kann natürlich auch Chili da rein scheppern. Und jetzt bestreue ich meine Hähnchenteile von der einen Seite mit ordentlich Mehl. Einmal gedreht, von der anderen Seite auch nochmal bestreut. Und hier seht ihr auch schon das Endergebnis. Auf zur Fritteuse würde ich sagen. Hier haben wir die Chicken Wings. Schon eine sehr coole Farbe. Hier sind die Drumsticks. Die Drumsticks sehen auch sehr, sehr gut aus. Also absolut crunchy. Absolut geil, die Panade, wie ich finde. Hier habe ich einen Eimer für den KFC Bucket. Da packe ich also erst meine Drumsticks rein. Anschließend kommen die Filet Bites da an die Seite. Und zum Schluss die Chicken Wings. Also ich finde, der ist sehr, sehr geil geworden. Es hat super gut geschmeckt. Ich hoffe, es hat gefallen. Jetzt ballert das Plus. Bis dann. Ja. Bites. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020